Juh, was geht? Ach Leute, jetzt hier noch ein bisschen mit hier Deutschland, ne? Ja, neben mir ist mein Bro Manuel Neuer hier. Ist kein Nacken, Null Zucker, echtes Koks. Und wenn du nach Hause kommst, kommst du nach Hause. So, genau. Und hab gesehen, komm, gibt's jetzt Master-Bilders, oder? Ja Leute, ich bin wieder da, ne? Und wir müssen Döner bauen. Auf jeden Fall, ja, gibt's ein kleines Problem. Ihr seht wahrscheinlich schon den Titel so. Das Problem ist nämlich, dass es, ähm, Probleme gibt. Ja, das Problem ist nämlich, ähm, dass, ja, ich gesperrt wurde von YouTube, weil ich mal gelivestreamt habe. Das ist ja nicht das Problem so, aber... das Problem war halt schon den Livestream, weil im Livestream, ihr wisst ihr auf GOM oder so, kann man ja so Fußball schauen, was ich eigentlich ein bisschen unnötig finde, so. Weil ich mal den ganzen Fernsehen anschauen und so, aber jeder wie er will. Ich hab's ja auch gemacht. Aber nur kurz so reinschauen im Stream ist auch Spaß, weil ich wollte mal wissen, wie viel steht und so. da, wisst ihr? Na, auch ganz entspannt natürlich. Und, naja, ne? Wie es auch kommen musste. Ja, wurde der Stream gestrikt, weil ich ein paar Minuten hier das Spiel angeschaut habe. Wahrscheinlich wurde ich irgendwie von FIFA oder was auch immer hier gesperrt, ne? Und ich weiß nicht, was es wird, aber ich hab noch nie einen Döner gebaut, also von dem her, halt, dort am Euler macht's besser. Äh, ich weiß nicht, wann ich entsperrt werde und weiß auch nicht, wo ich das anschauen kann. Aber, ähm, ja, ne? Ist halt jetzt ein fettes Problem, weil ich nicht streamen kann und das regt mich ziemlich auf. Aber da hab ich ja noch einen guten Kollegen namens Licht, ähm, der auch einen Kanal hat und, ja, hab ich einfach, ich hab auch seine Account Daten halt und, halt, äh, halt auf dem Kanal streamen, aber damit es sich lohnt, Freunde, muss jeder von euch, wirklich halt, also jeder, der Stream schauen will, okay, jeder, der Stream schauen will, auch wenn ihr's nicht macht, bitte abonniert diesen Kanal, ich hab ihn verlinkt, ich hab ihn überall verlinkt, den Kanal, okay, Infocard, Beschreibung, was auch immer, Leute. Bitte abonniert einfach nicht seinen Kanal, er's verdient, okay? Nach seiner vielen Arbeit hier, die er geleistet hat. Und ja, genau. Ich weiß ja nicht, Leute, äh, naja, also, weiß halt nicht, aber bitte, Leute, ich schaff das sicher, oder hier, ein bisschen ein Abo da zu lassen. Ich schaff alles, die Streams werden unterhalten, und so, sagen wir mal, sobald ich vier Streams schon schon hab, bin ich schon zufrieden sogar, also, für einen No-Joke, das ist ja auch so wenig, aber, bin ich schon zufrieden, wenn ich so gut so, oder? oder etwa nicht? Genau, der, 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 der Junge. Legende, oder nicht? So. Ja, und, ist halt jetzt einfach so, Leute, ihr müsst unbedingt diesen Kanal abonnieren, weil ich will, Stream macht mich Spaß, und, ähm, in nächster Zeit werde ich auch inaktiv ein bisschen bleiben, dafür, wenn Aktiv Streams kommen, weil, ich für Videos lange brauche, und, ja, ist halt einfach so, ich brauche für Videos lange, und die Zeit habe ich nicht immer, wo jetzt Sommerferien sind, ich bin auch dann weg in den Sommerferien, aber, ja, das, juckt eh niemanden, oder? Ja, genau. So, Leute, mein Döner ist fertig, wenn das nicht göttlich ist, weiß ich ja auch nicht, also, ganz ehrlich, naja, Leute, also, nicht jedes hat so gut im Bauern, okay, akzeptiert das, okay? So, perfekt, und, ja, ich werde auf diesem Kanal dann halt immer streamen, und würde mich echt freuen, Alter, ich schufe auf alles, es wird mega nice, die Streams, aber nur, wenn ihr dann wirklich auch die Streams anschaut, so wirst, ja, keine Ahnung, und vielleicht lad ich auch das ein oder andere Video auf dem Kanal hoch, denn ich habe ein FAQ, das FAQ habe ich hochgeladen, auf dem Lichtkanal, ja, das habe ich, und ihr müsst, wenn ihr das FAQ anschauen wollt, dann müsst ihr jetzt auf den Lichtkanal gehen, okay, und mach das bitte, weil es lohnt sich einfach, okay, Digga, es lohnt sich einfach, regt mich nicht auf und mag es einfach, genau, ja, natürlich kommt mein Döner direkt zum Anfang, oder, okay, mal schauen, was die Leute so gehen, der gibt grün, der gibt gelb, die meisten gelb, okay, ja, gelb ist noch okay, digga, ja, das Essen auch gehen mal, okay, was ist das, Pommes, aber, ja, ein Pommes, und Döner, so, stimmt, so geht es auch, oder, sagen wir mal, okay, easy, okay, Leute, was seid ihr gegeben, keine Ahnung, könnt ihr mal reinschreiben, aber, schreibt mir mal, wer am Start ist, und ja, keine Ahnung, ist auch easy, nice, schlecht ist es nicht, aber, ich gebe einfach mal ein schlecht, weil okay ist es sicherlich nicht, aber, naja, leider, tut mir leid, okay, und sorry, das ist so ein bisschen langweilig rede, aber, in Streams ist es anders, okay, ich schwöre auf alles in Streams, ist es anders, digga, das Musik, da ist meistens auch Licht dabei, da geht es ab wie sonst was, ich schwöre auf alles, digga, ähm, ich schwöre auf alles, okay, und ja, weil, ich will eher unterhaltens Videos machen, und so, mein letztes Video, dieser Teaser hier, was auch immer das ist, ähm, ja, keine Ahnung, ich sag mal nicht, was es ist, aber, da kann man schon drauf kommen, was es ist, und, wahrscheinlich, wird es noch Jahre dauern, bis es veröffentlicht wird, genau, ja, Leute, ich sag jetzt, ne, und ich schau mal ein bisschen, ob ich unterhaltens vollere Videos machen kann, und ich schau mal, wirklich, dass ich fett hier vor produzieren kann, weil ich will, ja, in den Ferien auch was hochladen können, und, ja, ich werd eh keine Abonnenten dazu bekommen, was auch immer das ist, ähm, weil, keine Ahnung, ich hab jetzt, fünf Monate lang, oder vier Monate lang, nie Abonnenten dazu bekommen, obwohl ich so viel, äh, wie, also, was heißt viel, äh, viel Arbeit, viel Arbeit drin stecke, genau, und, Kreativität zum Teil, ja, okay, ist ja nicht fertig, ich geb mich mal schlecht, sorry, äh, ja, genau, ist halt so, Leute, ist halt so, okay, und, ja, will einfach mal, meine Abonnenten behalten, so, nicht, dass ein paar jetzt, inaktiv, oder so werden, das ist schon gut, Digga, das ist easy, gut, ja, ist halt so, Leute, vorher sind die Runde fertig, und halt gewonnen, ich wurde zweiter, zweiter, ich bin einfach krass, aber halt schon verdient gewonnen, aber ich musste schon sagen, meins war schon das zweitbeste, oder, ja, Leute, das war's mit dem Video, Schaubericht bei nichts am Kanal vorbei, abonniert da einfach, man, wenn ihr ihr Männer seid, auf diesem Kanal, wie gesagt, wird immerhin, krasse Qualitäts-Content kommen, und, ciao.